Hi Sportsfreunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Das Kreuzheben schaut doch mal so simpel aus, einfach die große Handelstange vom Boden aufsammeln. Es ist letztendlich eine der anspruchsvollsten Übungen und von den Bewegungsabläufen eine sehr komplexe Übung. Und ich sage es auch in aller Deutlichkeit, es ist eine Übung aus dem Kraft-Dreikampf, bei der man sich auch richtig übel wehtun kann. In diesem Video erkläre ich euch, welche Fehlhaltungen, die man leider sehr oft sieht, ihr auf jeden Fall vermeiden solltet. Ich erkläre euch das ganz sachlich, warum sich die Wirbelsäule in einer gefährlichen Position, in einer gefährlichen Haltung befindet. Deswegen schauen wir uns das heute einfach mal per Voice-Over an. Ich habe mir einfach mal viel Mühe gegeben, mich so bescheuert wie möglich hinzustellen. Wobei man es leider immer mal wieder im Fitnessstudio sieht, dass sich tatsächlich jemand mit so einem runden Rücken vor die Stange stellt. Genau genommen stehe ich auch nicht so richtig vor der Stange. Also es ist immer noch zwischen der Langhantel und meinem Schienenbein ein Abstand. Und ihr seht mal der Rundrücken, das geht überhaupt gar nicht. Aus meiner Sicht der schlimmste Fehler beim Kreuzheben, den man auch nur machen kann. Je mehr Kyphosierung, desto länger der Lastarm und natürlich auch ungünstig wird der Hebel. Das ist das gleiche wie in der 8. Klasse im Physikunterricht. Also die Hebelgesetze, die gelten natürlich auch für den menschlichen Körper. Ein sehr ungünstiger Hebel. Und insgesamt in dieser Position werde ich kaum Kraft entfalten können. Aber die Belastung auf die Wirbelsäule ist enorm. Ihr dürft natürlich nicht vergessen, unsere Wirbelsäule ist für axiale Belastungen ausgelegt. Und das Schadenspotenzial, also wenn ich jetzt hier anheben würde oder mehr Gewicht benutzen würde, es wäre einfach immens groß. Also ich rate jedem, absolut jedem von dieser Haltung ab. Es wird ja immer wieder gesagt, die Wirbelsäule gerade halten. Das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Aber ihr seht, dass die Entfernung zwischen Handel und Schienbein sehr groß ist. Und genau diese Entfernung, ich vermerke euch das gleich auch nochmal mit Rot, da seht ihr also, dass der Lastarm sehr lang wird. Und es ist absolut ineffizient so zu heben, abgesehen davon, dass natürlich auch wiederum ein Schadenspotenzial da ist. Also hier seht ihr nochmal den Abstand zwischen Langhandel und Schienbein. Absolut ineffizient und auch viel zu hoher intradiskaler Druck auf die Bandscheiben. Gerade die Bandscheiben, die sind in der Situation, in der ich mich hier gerade befinde. Ich habe auch echt die Luft anhalten müssen. Natürlich extrem unter Druck. Ihr dürft einfach nicht vergessen, bei einer Last von 20 Kilogramm, 60 Zentimeter vom Körper entfernt und dann auch noch angehoben, wie ihr es hier sehen könnt, entstehen 460 Prozent des Ausgangsdrucks. Das Ganze könnt ihr natürlich auch nochmal nachlesen im Buch Belastung der Wirbelsäule im Sport von Bergmann und Wilke. Ein sehr interessantes Buch, was eben die Haltung angeht. Verlinke ich euch gerne unterhalb von diesem Video. Aber ich hoffe, dass jeder erkennt, dass die Haltung alles andere als ideal ist. Auch wenn es auf den ersten Blick für jemanden, der sich nicht gut in dem Sport auskennt, erstmal ganz ordentlich aussieht. Aber die Entfernung zwischen der Handel und den Schienbeinen ist einfach viel zu groß. Entsprechend ineffizient und eben gerade für die Bandscheiben saugefährlich. Beim Kreuzheben geht es immer um den Begriff des Lastarmes, also einer Art Hebel, der so kurz wie möglich gehalten wird, damit das Ganze effizient ist. Ich zeige euch das jetzt hier einfach nochmal. Das ist sozusagen das Steigungsträge. Ich hoffe, das ist der mathematisch richtige Begriff dafür. Also das ist der Lastarm und es gilt, den Lastarm durch Extension der Wirbelsäule immer so kurz wie möglich zu halten. Natürlich auch ganz wichtig beim Kreuzheben, dass die Bein- und die Hüftmuskulatur gemeinsam die Kraft auf die Handel entfaltet. Eine stabile Rumpfmuskulatur ist enorm wichtig. Das Schulterblatt ist nur muskulär mit dem Brustkopf verbunden. Das ist also ganz wichtig, dass ihr wisst, dass die Stabilisatoren eine ganz prägende Rolle spielen. Also die sind sozusagen das schwächste Glied in der Kette, in der Bewegungskette. Also immer mit sehr viel Konzentration die Übung Kreuzheben ausführen. Ich habe es versucht, euch das Ganze so verständlich wie möglich zu erklären. Ich weiß, das ist ein wirklich komplexes Thema. Das ist so umfangreich. Ihr dürft natürlich auch nicht vergessen, jemand, der 1,60 Meter groß ist, der hat natürlich eine andere Belastung als jemand, der 2,10 Meter groß ist. Also insgesamt gibt es natürlich da auch Unterschiede. Wir Menschen sind alle individuell. Unsere Vorstellungen und Ziele sind genauso individuell. Und genau dafür biete ich jedem das Muskelmacherprinzip an, um ihn einfach zu begleiten, seine Ziele zu erreichen. Ob Muskelmasse aufbauen oder Fett abbauen. Jeder kann sich überlegen, was sein Ziel ist und ich bin gerne bereit, euch dabei zu unterstützen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Viele Grüße. Euer Muskel.